Mein Name ist Darko Kröpfel. Ich bin Professor für Urologie im Akademischen Lehrkrankenhauskliniken Essen-Mitte und leite die urologische Abteilung dieser Klinik. Die Kernkompetenz unserer Klinik ist die urologische Chirurgie. Wir sind darüber hinaus sehr aktiv in der Diagnostik und Behandlung der urologischen Tumoren und insbesondere in der Behandlung mit Medikamenten kooperieren wir sehr intensiv mit unseren medizinischen Onkologen. Wir sind bei der Roboterchirurgie in allen Aspekten der Roboterchirurgie sehr aktiv und operieren Patienten, die an einer Prostataerkrankung leiden, insbesondere Prostatakarzinome, Patienten mit Nierenerkrankungen, Erkrankungen der harnableitenden Wege und der Harnblase. So führen wir im Jahr über 400 solche Operationen durch und sind damit eine der Kliniken in Europa, die die meisten Operationen macht. Wir führen viele sehr komplizierte endoskopische Eingriffe, insbesondere im Bereich der ableiten Harnwege und können mit neuen, neu entwickelten sogenannten Chip-on-the-Tip-Instrumenten bis zur Niere vordringen und dort Tumore behandeln oder insbesondere die Steine. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, ist es sicherlich gut, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Das können Sie über Telefon machen oder über E-Mail machen oder uns sogar schreiben und wir werden versuchen, Ihnen auf bestmögliche Weise alle Fragen, die Sie uns gerichtet haben, zu beantworten.